Hallo zum Tageshoroskop vom 7.10.2024. Der Montag begrüßt uns. Eine neue Woche ist gestartet. Ein wundervoller neuer Tag darf uns erfreuen. Ja, und da gucken wir mal natürlich, wie die Sterne heute stehen zum Wochenstart. Dafür nehme ich das Mitternachtshoroskop auf Berlin berechnet. Gültig für Deutschland, Österreich und weitestgehend auch für die Schweiz. Die Konstellation gilt natürlich wie immer weltweit. Und wir haben immer noch den Aszendent im Zeichen Krebs. Das heißt, man geht sehr emotional an die Dinge ran. Man ist mitunter vielleicht auch launischer. Man ist sensibler. Heimatthemen haben Vorrang oder familiäre Themen. Vielleicht auch Ernährung oder das Wohnen kann eine besondere Aufmerksamkeit bekommen. Ja, und man hat eine gute Intuition auch. Oder man sollte vielleicht auch gerade auf die Intuition achten. Und in der Begegnung ist es vielleicht so, dass man hier Blockaden erlebt. Oder sich verantwortlich fühlt mit dem Steinbock am Deszendenten. Und dann ist der Pluto recht nah dran. Dementsprechend kann es auch sein, dass man hier Krisen in der Begegnung erlebt. Oder Leidenschaften. Also, dass es sehr intensiv zugeht im Miteinander. Ja, der Herrscher vom Aszendenten, der Mond, befindet sich hier gerade beim Übergang mitternachts in den Schützen. Vom Skorpion in den Schützen. Ist um, ich glaube, 1.30 Uhr oder auf jeden Fall in den frühen Morgenstunden nach 1 Uhr in den Schützen gewandert. Bleibt heute den ganzen Tag im Schützen. Und befindet sich hier im fünften Haus. Das heißt, man ist optimistischer. Man ist zuversichtlich. Und das steht im Zentrum des Lebens hier. Auch wieder die Gefühle richten sich hier genau auf die Bühne des Lebens sozusagen. Man ist vielleicht auch emotional in Bezug auf Projekte, die einem wichtig sind. Und mit dem Mond im Schützen kann natürlich auch besonders das Thema Reisen im Fokus stehen. Also, dass man starke Reisebedürfnisse hat. Vielleicht, weil man auch erschöpft ist. Weil der Mond kommt ja hier auch aus dem zwölften Haus. Also, man sieht es hier nicht, aber beim Eintritt vom Mond in den Schützen. Da kommt er dann aus dem zwölften Haus. Und dementsprechend ist es dann so, dass in irgendeiner Form vielleicht Rückzugstendenzen hier zu Fernweh führen. Oder dass man vielleicht auch, ja, Liebesglück, also heimliches Liebesglück hat. Das wäre auch denkbar, dass man für jemanden schwärmt. Und dann ist der Mond auch in Spannung zu Uranus. Und dementsprechend gibt es auch hier Veränderungen in den Gefühlen vielleicht. Oder Unruhe auf der seelischen Ebene. Und im Schützen ist man auch natürlich sehr temperamentvoll und abenteuerlustig, unternehmungslustig. Ja, und von der Tendenz so jovial, fröhlicher. Also, das darf hier uns ein bisschen Schwung geben für die Woche, für den Auftakt in die Woche. Ja, die Sonne, das zweite Licht hier ist im Zeichen Waage, mitten in der Waage und bringt hier im Waagezeichen Beziehung in den Fokus. Und die Sonne ist hier umarmt von Merkur und Lilith, Mondknoten, Absteigen ist auch noch eng dabei. Also, das heißt, es geht hier auch verstärkt um Gedanken und Gespräche mit Merkur und Lilith bringt auch wieder so eine Faszination oder Geheimnisse oder Schattenthemen. Und der absteigende Mondknoten lässt auch nochmal Dinge loslassen oder bringt gerade die Vergangenheit in den Mittelpunkt. Und das Ganze hier, besonders Merkur und Sonne, sind ja auch in Spannung hier zu Mars aus dem Krebs. Und das kann dann halt auch Streit oder Zielkonflikte andeuten. Und ich gebe mal ein paar Beispiele, wie sich das hier unter anderem zeigen kann. Also erstmal mit der Sonne im Zeichen Waage haben wir jetzt gerade in, also generell natürlich eine Betonung auch von kulturellen Events. Und in Berlin ist gerade das Festival of Lights. Das geht vom 4. bis zum 13. Oktober. Und da werden nachts, ich glaube ab 19 Uhr ist das, bis kurz vor Mitternacht, werden da Gebäude angestrahlt. Also mit so Videotechnik. Und auf jeden Fall ist ja der dunkle Mond hier mit dabei, der das Ganze nachts, also der verdunkelt, der bringt die Kunst in die Dunkelheit, könnte man sagen. Oder beleuchtet hier die Dunkelheit. Sonne ist ja der Leuchtkörper beim dunklen Mond. Und mit Merkur ist das Ganze hier in der Kommunikation, in der Begegnung und in Spannung zu Mars bringt das hier vielleicht auch, gerade weil der Mars ja aus dem 12. Haus kommt, Energie in die Nacht oder Aktion in die Nacht, könnte man sagen. Eine Nachtaktion. Und vielleicht auch viele Kurzreisen, die sich das mal anschauen wollen, dann mit Merkur hier. Merkur steht ja auch für Kurzreisen. Oder Informationen dazu, darüber wird dann berichtet. Also das wäre mal so ein Beispiel. Dann haben wir mit Lilith natürlich auch Faszination oder auch so Zauberei und Geheimnisse. Und jetzt hatte ich gerade am Wochenende beim, also so zwei, drei Nachrichten dazu oder passende Dinge dazu gesehen. Und zwar war in einer Talkshow, da gibt es ja immer irgendwie freitags diese Talkshows. Und auf jeden Fall saßen in einer Talkshow die Ehrlich Brothers, diese beiden Zauberkünstler, also diese beiden Zauberer, die mit Shows hier durchs Land ziehen, die auch international erfolgreich sind. Und Merkur sind die Geschwister und Mars sind die Brüder. Und das Ganze mit der Sonne steht im Mittelpunkt, im Zeichen der Begegnung oder der Kunst hier in der Waage. Und Lilith steht halt so für die Zauberei, beziehungsweise besonders für die Zauberei steht Uranus und auch natürlich das Fischezeichen. Aber wir haben halt auch einmal die Verbindung von Uranus und Neptun und Pluto, die ist ja lange angedeutet. Aber der Uranus hat auch ein anderthalb Quadrat, also einen Spannungsaspekt zu Lilith. Und das ist genau die Verbindung von Geheimnissen und Überraschungen. Und das macht man ja bei der Magie und der Zauberei. Und das ist deswegen interessant, weil die beiden haben dort über ihren Vater gesprochen. Die Sonne ist ja der Vater. Merkur Sonne ist also das Gespräch oder die Gedanken zum Vater. Der dunkle Mond beschreibt unter anderem auch den Tod. Und der absteigende Mondknoten beschreibt natürlich auch manchmal den Tod oder die Vergangenheit. Und das steht in Spannung hier zu Mars, zu den Brüdern, im Zeichen der Familie, im Krebs. Und die beiden haben dort nämlich über ihren verstorbenen Vater gesprochen, der aber schon vor elf Jahren verstorben ist. Und dass der immer auf der Bühne mit dabei ist, weil die einen bestimmten Zaubertrick mit ihm zusammen wohl entwickelt haben. Oder viele, aber auf jeden Fall, also so ein bestimmter, der war da im Fokus. Und auf jeden Fall geht es einfach darum, dass die, also es ist ja nicht, wie soll ich sagen, es ist nicht die Norm, dass man nach elf Jahren über etwas spricht. Aber es ist halt hier ausgelöst. Und die Brüder, Mars steht ja im Zeichen Krebs und dann sind denen da auch die Tränen oder viele auch so ein Tränchen. Also das heißt, man ist sehr sensibel. Die Brüder oder die Söhne sind sensibel. Ja, die Söhne vom Vater hier mit dem dunklen Mond. Also so kann sich das dann hier auch mal zeigen auf der Ebene. Ja, und auf einer anderen Ebene mit der Sonne und Lilith und Merkur. Lilith steht ja auch für Frauenrechte und für Rechte von Minderheiten. Und dann hatte ich einen Bericht gesehen zu dieser iranischen Pop-Ikone Gugush. Wird die, glaube ich, ausgesprochen? Also wenn es falsch ausgesprochen wurde, dann korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Auf jeden Fall, die ist ja in Iran oder der persischen Welt besonders eine besondere Ikone. Und die war ja, also war jetzt aufgrund der Frauenrechte und der Situation auch im Iran, in den Medien. Und musste ja auch in ihrer Karriere dort aufgrund der Zustände nach der Machtergreifung von Khomeini 20 Jahre in häusliche Isolation. Also Uranus, die Freiheit steht in Spannung zu Frauenrechten. Eine Verdunklung der Weiblichkeit in Spannung zur Entfaltung, zur Individualität, zur Freiheit. Und interessant ist auf dieser Ebene, dass auch gerade die Frauenrechtspartei hier BSW in Deutschland auch gerade in den Umfragen irgendwie sinkt. Und die haben gerade Gegenwind. Und diese Spannung von Uranus zu Lilith, die geht bis, also die geht noch ein bisschen länger, aber die wird exakt am 12. Oktober. Also das ist eine Faszination, aber auch eine Verdunklung, die hier in diesem Bereich stattfinden kann. Und Uranus ist halt auch, beschreibt auch Demonstrationen. Und wir hatten jetzt ja auch gerade in Berlin und in Hamburg jetzt am Wochenende unter anderem Demos. Und zwar pro-israelische und pro-Palästina-Demonstrationen. Ja, und Uranus beschreibt halt die Demonstrationen mit Alkohol natürlich auch dunkle Themen. Und dann auch noch mit dem dunklen Mond sind natürlich auch gerade besonders dunkle Völker davon betroffen. Ja, und genau, der Merkur mit Mars, mit der Spannung, bringt natürlich auch Nachrichten zu Verkehrsunfällen. Da hatte ich auch ein paar gelesen oder das ist auch immer noch eine Gefahr oder auch zum Beispiel eine Großrazzia beim Kampfsport-Event gab es. Mars, Merkur ist das Kampfsport-Event und eine Großrazzia ist deswegen auch angedeutet. Also nicht nur, weil Uranus mit dem dunklen Mond verbunden ist, sondern auch, weil wir Saturn, die staatliche Prüfung, im Trigon hier haben mit Mars und Venus. Also hier haben wir auch noch nämlich ein Trigon, von Venus und Mars zu Saturn. Und das bringt halt unter anderem Sport und Sicherheit und das Ganze in Verbindung mit staatlicher Prüfung. Aber auch zum Beispiel brandt einer Lagerhalle in Walsrode und da gab es 600.000 Euro Schaden. Venus ist das Geld in der Krise, Venus im Skorpion, Mars ist der Brand und Saturn ist die Lagerhalle. Also da hat man auch die Verknüpfung. Also das Trigon, das ist tendenziell eher ein positiver Aspekt, beschreibt aber auch einfach die Fülle von, also viel Brand im Zusammenhang mit dem Lager und viel Schaden, viel finanzieller Schaden mit der Venus. Ja und auf einer anderen Ebene kann das auch, da gab es irgendwie diese, auch beim Durchseppen hatte ich das gesehen, diese Sendung Take Me Out, wo Frauen einen Liebespartner oder einen Beziehungspartner suchen. Venus, die Frauen mit dem Sport verbunden oder Liebe mit dem Sport verbunden im Zusammenhang mit einer Prüfung. Also da gab es Football-Spieler, die da sich beworben hatten. Also das wäre dann auch mal so eine Situation, wie sich das zeigen könnte. Also ich gebe hier gerne verschiedenste Beispiele. Oder im Sport, Saturn ist das Knie in Verbindung mit dem Sport, in Verbindung mit dem Körper. Und körperliche Krise, Venus im Skorpion, mit dem Sport verbunden, mit dem Knie verbunden. Und bei Real Madrid, der Kapitän hat eine sehr schmerzhafte Knieverletzung. Ja, was haben wir noch genau? Die Sonne befindet sich ja in der Waage, aber wir haben gerade starke Sonneneruptionen, also ein astrophysikalisches Momentum, was viele technische Störungen auch bringen kann. Und Uranus, die Technik steht ja auch in Spannung mit dem dunklen Mond. Und auch Flug, Flugverkehr und Luftfahrt steht auch schwierig. Und wir hatten ja gerade in München aufgrund der Wiesen dort massive Wartezeiten am Flughafen. Merkur ist der Verkehr, der Reiseverkehr, die Mobilität mit dem dunklen Mond verbunden und das Ganze mit Uranus verbunden, also mit der Luftfahrt. Schwierig, was das angeht. Merkur Entspannung zu Mars bringt auch Ärger hier in Bezug auf Autos, hatte ich ja schon öfter gesagt. Strafzölle gegen chinesische Autos war wieder so ein Thema. Ja, also wieder eine Menge los. Sport, es gab es den Weltcup im Kitesurfen. Sport, Mars mit Saturn, Saturn im Wasserzeichen. Fische, Meisterschaft Saturn am Wasser, ist dann Kitesurfmeisterschaft. Also auch hier wieder eine Menge los. Venus, Mars bringt natürlich auch Liebe und Sexualität mit Altersunterschied mit Saturn oder mit Einschränkungen. Das kann das natürlich auch bedeuten. Ja, und insgesamt ist es aber so mit der starken Waagebetonung und mit dem Mond heute in Schützen, dass wir hier sehr viele, ja, positive Momente auch haben können und auch viel Glück im Hintergrund haben, weil Jupiter ist ja auch hier an der 12. Hausspitze und dementsprechend findet man das Glück hier im Rückzug. Ergebnis des Tages ist eher gerade noch so der MC im Fischezeichen. Das heißt, es ist immer noch eine große Sehnsucht vielleicht in der Öffentlichkeit oder es gibt Unklarheiten im Beruf, Illusionen auf der politischen, wirtschaftlichen Ebene, Auflösungsprozesse. Auch das ist hier angedeutet. Ja, das zu den heutigen Energien. Dann wünsche ich dir einen wunderbaren Start in die Woche. Freue mich über liken, teilen, abonnieren meines Kanals, über Kommentare natürlich. Und wenn du wissen möchtest, wie für dich die Sterne stehen, rate ich dir zu einer Sternstunde. Der Link ist hier unter dem Video. Schreib dich da einfach über das Kontaktformular an. Ja, und ansonsten bis morgen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.